Kann jemand kümmern, bitte? Park, Patrouille, Friedhof. Verdächtiges Fahrzeug. Hä? Ich bin ja selber Coop. Ich darf doch Leute anfahren, check ich nicht. Gut, dann erstmal das hier. Fuck. Okay. 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 Das ganze Gamepad vibriert. Kann man das unendlich lange machen? Ne, kann man nicht. Sorry. Ich muss es mal ausprobieren. Ich muss es mal ausprobieren. Ich muss es mal ausprobieren. Wo fährst du hin? Ich muss es mal ausprobieren. 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 Ich kann mit dir wetten. Hier auf dem Friedhof ist sicher auch noch eine Tasche. Aber jetzt müsste ich den ganzen Friedhof durchsuchen. Was ein bisschen lange dauern würde. Vielleicht ein andermal. Gut, das geht gar nicht mehr, das Motorrad. Und dann nehme ich halt wieder meinen Minivan. Parkpatruller. Hey Leute, ich brauche ein Polizeiauto. Danke. Ich brauche ein wenig. Ich brauche ein wenig. Ich bin in der Brüche des Suspektes. Komm schon! Stehen bleiben! Das bringt mich bestimmt zu anderen Leuten, die mich verprügeln wollen. Seit wann gibt es Omas auf der Strasse? Ich habe gerade jemanden im G-Stock gesehen. Ich hoffe... Hallo, hallo! H-K-P-D! Stehen bleiben! Junge, bleib doch stehen! Ja, natürlich! Ich bin in der Brüche! 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 Ich bin nicht in der Brüche! Ich bin in der Brüche! Hongkongs Elite Kultisten Outfit in Hauptstory verfügbar Schön, dass ich die ganze Zeit noch Sachen für die Hauptstory freischalte wenn ich die ja gar nicht mehr spielen muss oder kann Scheinlich wäre es gedacht irgendwie die DLCs bei einem anderen Zeitpunkt zu spielen Naja Was ist jetzt passiert? Irgendwas ist explodiert Ab nach Soho Kommen wir vielleicht jetzt Upgrade Weiss auch nicht in welcher Form aber wir mal schauen Ja Ich weiß auch nichtuni Ich weiß auch nicht Ich weiß auch nicht wie wie sie mir bitte China Wir sind Hier gegangen Ich Jac Ich Shit, fahre ich jetzt hier entlang, mitten durch den Park. Sohoho. 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 Wait, this is Dispatch. We've got a riot in progress in Soho. Please respond. I'm in Soho! They're all over town. Wir haben Wahnsinn, die nach jeder Parade gehen. Es gibt keinen Zeitpunkt, um sie zu retten. Du musst diese Parade ausbrechen. Ich bin auf. Und folgst mich. Okay, let's go Leute. Protester? Please clear the streets! All the way down to the wall. Get this hungry. You guys take all the fun out of the New Year's. You know that? Here you know the way they are. Hey, get off the streets! Maia, I'm too tired. It's the cops. Get it! It's Ali! It's on the wall! Hostos! Sorry. This is Unit 46. We're at Chiang Mai and Sa Ching. We need assistance. We're running out of control. Let's go. Brenn hier sonst noch die ganze Stadt nieder. We're running out of control. We're running out of control. We're running out. Okay, den muss ich zuerst aufs... Aus. Fuck, der hat mein Stick! Gebt mir den Lied her, Junge. Warte, ich komme zu Hilfe! Boom! Krötzung bis zum Eintreffen der Versteckung freihalten. Ja Leute, aufteilen, aufteilen! Wir brauchen Hilfe hier, zurück! Ich brauche mehr Backup! Stand by! Boom! Wo in der Hölle ist unser Backup? Ja, das frage ich mich auch. Da kommt das Backup! Da kommt das Backup! Woher ist der Backup-Officer? Das Tränen-Gas. Wenn wir das schon die ganze Zeit haben, wieso? Denn erst jetzt... Done. Wir werden das Backup-Officer. Uh, jetzt wird's lustig. Ich bleib mal hier mittendrin. Ah ne, wir müssen weiter. Go, go, go Leute. Ich hab mal wieder auf die Maus und Tastatur geswitcht. Ohohoh. Das muss ich genau machen. Ja gut, das war's dann mit dem Trenngas. Und ich komm selber nicht da rein. Ja gut, das war's dann. Zum Plaza gehen. Wir gehen hier entlang. What the fuck? Was ist hier los? Die ganze Stadt im Chaos. Oh shit. Komm in die Telefonzelle. Oh shit. 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 Das ist ein guter Move. New Year's is cancelled! Ja, wir sind dran! Rituelle Reinigung. Während des chinesischen Neujahrsfestes muss das gesamte Haus geputzt werden, um das alte Jahr hinauszukehren, damit Glück und positive Ereignisse des neuen Jahres in das Haus Einzug halten können. Diese Reinigung muss auf eine bestimmte Art und Weise erfolgen. Staub und Schmutz müssen in die Mitte eines Zimmers oder Hauses gekehrt und dann durch die Hintertür nach draussen gebracht werden. Kehrt man den Schmutz durch vor der Tür, bedeutet dies Unglück. Interessant. Auf Wiedersehen! Outro These Untertitelung des ZDF, 2020